Oh, Playboy! Playboy, Playboy, Playboy! Komm mal rüber! Das ist schon hot, ja voll. Das ist schon sehr, das tönt mich schon extrem dran. Die Sache ist, wir machen heute Omme, ja, deswegen benehmt euch ein bisschen. Aber wir machen es ein bisschen anders. Wir können dir nicht immer eine Freundin suchen. Wir lassen heute nämlich die Leute auf Omme aussuchen. Und wir haben das hier. Wir haben jetzt diese drei Worte, wir haben Ghosting, Smash und Mary. Wir gehen jetzt auf Omme. Hi! Hi! Ich kenn euch, ich kenn euch. Hey, hast du ganz kurz Lust, wir wollen ein Spiel spielen. Okay. Du musst Kiss, Mary, Kill mit uns spielen. Oh, okay, okay. Das heißt, wir haben diese drei Zettel, es gibt Ghosting, es gibt Smash und es gibt Mary. Das ist letztlich Kiss, Mary, Kill, ne? Genau. Nur nicht ganz so hart. Wir haben das immer bei anderen Leuten gespielt und das war sehr asozial, das wollen wir so. Jetzt wollen wir auch mal, dass Leute uns bewerten. Ja, genau. Ach so, okay. Okay, also es gibt Ghosting, Smash und Mary, okay. Genau. Ähm, schwierig. Ich find's auch schwierig. Ju nehm ich als Smash. Ju nimmst du als Smash? Okay. Ja. Gut. So fühlt sich das also an. Ähm, Risa als Mary. Oha, okay. Oha, krass. Alles gut. Ich bin das halt gewohnt. Ich bin dann Mary. Ich würd keinen als Ghosting nehmen auf jeden Fall. Also du würdest eigentlich alle smashen oder was? Ja, ich würd eigentlich alles smashen. Ah, ich verstehe. Okay. Ich würd alle marry'n auf jeden Fall. Alle marry'n auch so. Ja, ja. Alle marry'n. Also trotzdem, ähm, Scheidung am frühesten mit Maxi, oder? Also, war nur ne Frage. Weil ich der Nümpfste bin oder bin ich mit der Nümpfste? Nee, ist nur ne Frage. Ich glaub, da war's. Finanziell lohnt sich das bei uns mehr. Ja. Oho. Was hast du eigentlich für ein geiles Setup hier einfach für Omme? Nee, oder? Du streamst doch bestimmt woanders. Nee, ich streame tatsächlich gar nicht. Also, alle denken, dass ich streame, aber ich hab gar kein Streaming. Hey, du hins einfach abends so ab und sprichst hier auf Omme mit irgendwelchen Randos. Ich hab halt Freunde auf Discord tatsächlich und mit denen rede ich halt ab und zu auch. Und mit denen tun wir halt hier Leute verarschen, oder? Ah. Ah. Aber cool, dass ich euch mal treffe. Das find ich richtig nice. Ey, dann müssen wir dieses Spiel noch weiterspielen und uns noch von mehr Leuten bewerten lassen. Ist das okay? Ja. Jo, klar. Dir noch einen schönen Abend, ne? Euch auch. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Hi. Hi. Nenn mir einen in Frankfurt. Einen, nur einen. Einen. Hallo. Ich hör euch nicht. Ja, ich seh dich nicht. Wie ist das jetzt? Boah. Frankfurt einfach. Nenn mir einen. Einen in Frankfurt. Einen in Frankfurt. Der nicht raucht. Was geht? Einfach Alpha, Kevin. Nein, nicht Kevin. Nee. Stefan. Nee. Fritz. Nee. Janik. Konstantinopel. Janis. Nee. Julian. Ah, ich hab's. Korbinian. Nee. Jens. Justin. 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 Warte, ihr seid echt? Nein. Nein. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ja, ehrlich. Wann seid ihr denn auf Omme? Wir chillen einfach abends so. Wir chillen abends. Wir wollen Leute kennenlernen. Ja. Die so ein bisschen mit uns in die Ponde gehen. Und mit uns ein paar Spiele spielen. Wie alt bist du ganz kurz? Äh, 15. Nee, hat sich erledigt. Dann doch kein Spiel. Okay, an der Stelle dann. Hi. Hallo. Nein, ihr seid nicht echt. Doch, wir sind echt. Wirklich? Mhm. Doch, du bist ein Girl. Hinten ist eine Shisha auf dem Ding. Du hast eine Kette mit Geldzeichen. Ja, mit den 3-Dollar-Zeichen. Die Kette. Zahnspange. Nee. Ihr seid nicht echt. Hä? Wir haben literally alles aufgezählt, was bei dir im Bild ist. Du hast einen Stift in der Hand. Du hast grüne Augen, die du hast. Aber trotzdem. Das könnt ihr trotzdem. Weil ich kenn diese Leute, die das machen. Nein. Sie antworten doch auf deine Fragen. Sag mir irgendeine Geste, die ich machen soll. Soll ich mir einen in Frankfurt, der nicht raucht? Soll ich was hochhalten? Nein, ich hab doch gecheckt. Aber ihr seid nicht ich. Doch. Nein, seht ihr nicht. Ich seh's im Hintergrund. Was? Was ist denn das für ein Hintergrund? Da bist du zu sehen. Digga, literally. Hier ist nix. Hier ist ne Wand. Guck mal, du kannst dich in der Spiegelung sehen. Da bist du. Oder? Du bist hier. Hier. Da bist du. Nein, Mann. Ihr seid nicht so. Ich kenn euch da. Wie sind wir denn? Wir haben gehört, dass hier zwei Typen in der Öffentlichkeit rumpöbeln. Wir sind viel erwachsener eigentlich immer. Ja, wir sind eigentlich viel reifer. Alles hier. Ich bin auch 19. Nein, ihr seid nicht echt. Hä, doch. Wie können wir dir denn noch beweisen, dass wir echt sind? Wir sind aber echt. Nein, seid ihr nicht. Guck mal. Willst du ein Spiel mit uns spielen? Ja, okay. Wir spielen aber Smash Mary Ghosting und das darfst du jetzt mit uns spielen. Okay, ich mach dich Smash. Wer ist dich? Wer ist dich? Der mit der Cap? Der ohne Cap ist Mary. Von den mit der Cap? Ja, du. Der wo dich Mary in der Hand hat. Ich mach dich Smash. Wer ist denn? Dich? Der mit der anderen Cap. Er ist Smash? Ja. Du bist Mary. Jungs, das funktioniert so nicht. Ich dachte, es gibt noch Kill. Und Lego. Jungs, soll ich spielen oder was? Die wollen dich killen. Ja, nein. Warst du jetzt enttäuscht, dass es keinen Kill gibt? Ja, anscheinend schon. I'm sorry. Ey, willst du es dir nicht nochmal anders überlegen? Ist nicht das gemeint. Er ist aber schon süß, wa? Nicht mein Typ. Wir suchen dann mal weiter. Tschüss. Bye. Das Ghosten ist ja wie ein Real Life bei mir. Das ist echt. Let me do it for you. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Oh mein Gott. Hä, die haben gar keine FPS mehr. Kaputt. Ja, eure Internetverbindung ist schlecht. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Hallo. Ich bin auch überrascht. Ach, schau hier. Hey. Der ist ja direkt das Handy draußen. Wir geben denen noch kurz noch ein Blick. Wir geben denen auf. Lasst euch Zeit. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, wir sind immer noch nicht fertig. Ich will machen dann mal weiter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Liebe! Sophia! Sophia! Happy Birthday to you! Wie alt bist du geworden? Sie hat Geburtstag, sie ist 80 geworden. Warte, warte, warte. Boah, das ist jetzt wirklich hart an der Grenze, ne? Was denn? 18? Sie ist 18 jetzt gerade geworden. Ja, das geht ja dann. Es fühlt sich nicht richtig an. Warte, gibt's wen anders bei euch, der älter ist? Hi und ich bin schon letztes Jahr 18 geworden. Aha, jetzt doch okay. Kennt ihr Kiss, Marry, Kill? Okay. Okay, Kiss, Marry, Kill kennt ihr. Wir haben das schon oft gespielt und haben andere Leute bewertet. Und jetzt ist es doch mal Zeit, dass wir das zurück auf den Deckel bekommen. Deswegen musst du jetzt Kiss, Marry, Kill mit uns spielen. Wir haben hier drei Zettel. Ghosting, Marry und Smash. Und du entscheidest jetzt, wer was wird. Entscheideweise ist es nicht mehr reverse machbar. Uuuuh. Toos wisely. Zum Beispiel Maxi ist sehr reich. Da ich Toos schon heißen zu gucke, würde ich sagen Marry, Rezo, Smash. Ich glaube, das sieht man auch immer in Haaren. Sorry Maxi, leider Ghosting, es tut mir leid. Stopp, das ist scheiße. Der arme Maxi, also wieder heil ins Sieg. Ist sowieso reiht. Habt noch ne schöne Party, ne? Feiert schön. Dankeschön. Sehr lang. Würdet ihr bei mir wenigstens Smash machen? Ich würde so hart smashen, Digga. Geil. Heiraten wir auch strong, aber eher so ne Influencer-Marriage, weißt du? Wir sind verlobt. Oh, what you say. When she only went, when... Die haben alle so lila Licht. Der arme. Der arme. Ja, ich. Arme. Das war auf mich bezogen, Jungs. Der arme. Elvos Labors Club. Ey! Was ist das Geld? Ey, was geht ab? Wo haben wir Geld in der Hand? Das ist einfach, das ist ein Geld in der Hand. Krass, Alter. Stopp. Was ist eure Mission hier auf Omme? Oh mein Gott, mein Gott, ich heule gleich. Ey. Guys, könnt ihr ganz kurz... Wir wollen hier gerade ein Spiel spielen. Wie alt seid ihr? Ich bin 19. 18. Ich bin 17. Ich hab Schiegel passiert. Lass mal, mit den äußeren beiden wollen wir jetzt ein Spiel spielen. Und zwar ist das Spiel... Ich hab meinen Erlauben, was ich mitspielen kann. Ich möchte unbedingt auch in einem Video sein. Ja, das Ding ist, du darfst nicht mitspielen. So. Du darfst für dich mitspielen, aber die anderen spielen richtig mit. Hallo, was geht? Hallo. Ja. Moin. Ganz kurz, bevor du was weiteres sagst. Wie alt bist du, die jetzt neu reingekommen ist? 18. 18, gut. Wenn ich eine Vorladung von der Polizei bekomme, muss ich dann da hingehen oder darf ich zu Hause bleiben? Ihr alle drei dürft spielen, nur der Dude mit dem Kreuzchen. Aber du darfst bleiben. Ja, du darfst bleiben, du darfst nur nicht mitspielen. Du darfst nichts sagen. Okay, aber das Video nicht zensieren, okay? Wenn es im Video ist. Nein, du wirst nicht zensiert. Du darfst nur nicht mitspielen. Okay. Wir haben jetzt diese drei Worte. Wir haben Ghosting, Smash und Mary. Ihr könnt jetzt diese Sachen zuordnen. Zuordnen. Okay, erstmal Mary. Julian. Julian. Ich werde aber geheiratet. Du wirst geheiratet. Ich werde aber geheiratet. Okay, krass. Reaser Smash. Das kann ich aber nachvollziehen mit der ganzen Lebenserfahrung. Würde ich auch gerne. Trotzdem würde ich euch alle. Er würde alle, ja. Okay. Ich will das nicht zurückgeben, weil ihr alle noch so jung seid. Aber ich verstehe die Geste. Ey, ich danke euch sehr. Das hat uns sehr weitergeholfen. Danke. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Noch eine Bitte. Bitte grüßt mich. Bitte grüßt Jean David. Jean David. Jean David. Ganz viele Grüße an dich. Geil, Mann. Ey, bis dann. Jean David. Wie geil, Alter. Ah, okay. Jean David war der coolste. Jean David, der war cool. Ey. Bro. Ey, sind so viele Leute am wanken. Ey, sag mal du. Hör mal. Ey. Weißt du, wie das manchmal ist? Wie? Wie jemanden so von hinten, von ganz weit weg zu beleidigen und wegzulaufen. Mach das nicht. Ganz kurz. Ganz kurz. Bitte. Könnt ihr Hallo Emily sagen? Hallo Emily. Hallo Emily. Hallo Emily. Hallo Emily. Hallo Emily. Wie geht's hier? Wo bist du? Warum bist du nicht am Start? Schade. Aber alles Gute Nacht. Emily. Bist du Emily? Ey, warte. Ganz kurz ist das Fake. Nein, das ist nicht. Wie soll das denn Fake sein? Wir haben siebenmal deinen Namen gesagt. Wir sollten ehrlich sein. Wir haben 7000 Videos aufgenommen mit verschiedenen Namen. Emily. Haben wir gerade ausgewählt. Ey, ich bin gerade so schockiert. Wirklich. Ich bin auch schockiert. Okay, wir kommen jetzt alle einmal runter. Aber vorher eine kurze Frage. Wie alt bist du? Wie alt muss ich sein? Ah, das war eine ganz schlechte Antwort. Dann wünschen wir nur noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ich euch auch. Tschüss. Tschau, tschau. Wie alt seid ihr? Wie alt seid ihr? Wir sind beide 18. Ist das sowas, was man hier macht auf OMIT TV, dass man sich so küsst? Feiern deswegen. Ihr geht gleich feiern? Alle gehen feiern, nur wir nicht. Geht ihr so richtig in den Club oder was? Steffi ist in Oberhausen. Steffi ist in Oberhausen. Ah! Ich war letztens in Oberhausen. Oberhausen ist cool. Da sind viele Assis auch. Wir haben eine Frage. Ja. Können wir ein Spiel spielen? Ja. Das Ding ist, wir drei, wir haben schon häufig so ein Spiel gespielt. Das nennt sich Kiss, Marry, Kill. Kennt ihr mit Sicherheit. Ja. Deswegen müsst ihr jetzt entscheiden, Smash, Marry oder Ghosting. In der Mitte würde ich Marry. Dann der, der in Blau ist Ghost. Jungs, das ist halt nicht mein Tag. Ja, aber der sieht halt so, wie heißt das? Softie. Softie? Der ist zu sehr Softie? Ich bin der harteste von uns dreien. Ja, warte, warte, warte. Aber wieso sieht er wie ein Softie aus? Der sieht so jung aus. Wie alt schätzt du mich ein vom Eiser? 17. Also vom Aussehen hier ja. Auch. Ich würde dir mit der Mütze ghosten. Ah! Ah! Weißt du nicht darüber? Ja, weil wir mal eine Überraschung haben hier. Links, warte, doch links. Marry und den anderen so. Ah, guck mal. Schön. Finde ich gut, finde ich gut. Jetzt vielen lieben Dank, wissen wir auch, wie es sich anfühlt, so bewertet zu werden. Ey, vielen, vielen lieben Dank. Danke schön. Ey, dann noch viel Spaß beim Feiern, ne? Ciao, ciao. Tschüss. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und kommentiert das Video uns. Aber schaut auch mal bei dem hier vorbei. Er wurde so viel geghostet, ich fände es ganz gut, wenn ihr alle in seine Instagram DMs reinsliden. Einfach mal reinsliden bei ihm. Einfach mal reingehen bei ihm. Und ansonsten sehen wir uns bald. Bei's. Mhm. Ich wünsch euch was. Bis dann. Tschüss. Tschüss, ihr kommt. Bis zum nächsten Mal.